Zweite Frage, äh, Morgenpost nochmal. Herr Dürr, Sie haben ja gerade einen Scheiß-Faul bekommen. Was sollte das? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist nicht gewesen. Nächste Frage, bitte. Ach, was? Das ist meine Kamera. Denk ich jetzt von der Morgenpost. Die Morgenpost. Herr Dürr, haben Sie dicker Eier? Ja. Die Batterie geht leer. Jetzt frag mal's, du Sau. Die Verschiedene fallen nicht. Oh, das ist eine kleine Aase.